Und damit Willkommen zurück zu einer anderen Folge Let's Show Workshop Stuff in Space Engineers Und dieses Mal gibt es ein uinteressantes Schiff, wo wir gerade beim Thema Star Wars sind Und zwar den Star Wars Providence Class Cruiser, das Flaggschiff von General Grievous Kürzlich auch auf dem Workshop gefunden, erstellt von Sauron 2012 Und ich muss sagen, dafür, dass es ziemlich zu 99% Vanilla ist, bis eben auf die Star Wars Weapons Die sind tatsächlich hier standardmäßig mit dabei, ist das Ding saugeil gelungen Ganz ehrlich, ich hätte das schon wieder verkackt, so vom generellen her, ich hätte es nicht geschafft Das Schiff an sich ist super cool aufgebaut, wir sitzen hier zum Beispiel aus dem filmbekannten taktischen Kommandobrücke In der Grievous Household, ich meine zumindest, die war hier vorne, hier hinten, nämlich war, glaube ich, die Secondary Bridge Ich vertue mich vielleicht auch, vielleicht war das auch andersrum Der eine oder andere wird sie mir bestimmt sagen können, egal So, auf jeden Fall haben wir hier unsere Hauptbrücke, dann haben wir da hinten halt nochmal unsere Secondary Bridge Und da oben haben wir tatsächlich hier dieses Türmchen, den im Palptine gefangen gehalten wurde Warum er hier so mit den, obwohl das eigentlich ganz gut wird, er hat hier nur mit den Flachen und hat auch sehr eckig gebaut Aber irgendwie stört mich das jetzt nicht, muss ich sagen Wahrscheinlich sehr das andere, ich stelle es mir gerade vor, sehr das andere ein bisschen kacke aus Aber gut, und er hätte es nicht abschließen können hier von einer Luftdichte Naja, auf jeden Fall ist hier oben dieser Ah, es gab mal einen Begriff dafür, ich weiß noch aus dem Buch Hier ist auf jeden Fall auch so ein Ach Nennen wir es Dinnerraum, nennen wir es Dinnerraum, ich weiß nicht mehr genau, was es war Aber auf keinen Fall war es ein Dinnerraum So, wir nennen es aber trotzdem Dinnerraum Auf jeden Fall ist hier oben dieser Dinnerraum, da saß Palpatine Er ist ein bisschen kleiner gehalten, das ist natürlich wahrscheinlich jetzt wieder so ein 1 zu 3 Scale, muss man natürlich sehen Und es gibt eine Sache, die gefiel mir nicht so gut, das war hier nämlich zum Beispiel dieser Treppenaufgang hier oben hoch Klar muss man irgendwie hochkommen, aber das hier immer über diese Tubes zu regeln, die man dann alle einzeln Und dann hier und da und dann musste da durch Das hätte ich zumindest für die, wo nur zwei Blöcke übereinander sind, hätte ich das prima mit Treppen lösen können Hier wäre ich auch ein bisschen ins Stolpern gekommen, aber ich glaube auch dafür hätte sich eine Lösung angeboten Man hätte das hier einfach Mal gucken Ja, gerade hier hätte man das wieder prima Hier, das meine ich Dass man einfach diese Sachen hier innen drin setzt Das hätten wir mit Treppen nämlich machen können Ähm, wäre natürlich nicht der Aufzugscharakter gewesen, den es im Film hat, aber egal Ähm Ja, und dann hätte man hier prima ansetzen können und wäre dann mit dabei gewesen Vom Turm auf jeden Fall können wir runter gehen Also jetzt nochmal ein Stück runter So, kommen dann in den hinteren Teil des Schiffes, wenn es ein bisschen zwackt mit dem Licht, tut mir leid Irgendwie ist da gerade manchmal der Bär drin Ähm Ja, das ist hier dieses Optikel einschalten und ausschalten Und bla Naja, müssen wir mit leben Ähm Auf jeden Fall geht es dann von hier beidseitig runter, synchron gebaut alles Geht hier runter durch den Gang Dann kommen wir hier hin Und hier ist bereits der Haupthangar, ja Das heißt, wir haben hier nochmal einen Schalter für unser Sicherheitsshot hier vorne Das geht dann nämlich runter und wir können den ganzen Raum hier verriegeln Da ist, äh, mit Sauerstoff versorgt Hier drin befindet sich keinerlei Sauerstoffproduktion Das heißt, wenn, äh, hier die Tore offen sind, ist Sauerstoff flutsch Denn nicht der Flöten, ja Das heißt, wir können hier einmal die Hangartore zumachen Und da können wir, äh, die Hangartore aufmachen Wir können das einmal kurz machen Ich glaube, es waren 6 und 7 Oder 5 Es war 5 Ich weiß, im Film gingen die seitlich zu Aber ihr wisst, wie lang die Hangartore sind Das funktioniert nicht Sieht aber trotzdem cool gelöst aus, muss ich sagen An sich, ich finde es saugeil Ich finde es saugeil, auf jeden Fall Ähm Darfst auf jeden Fall die, die Hangartore, ne Und wenn wir die wieder zumachen, haben wir auch wieder Sauerstoff Auf jeden Fall kann man dann vom Hangar Ne, hier hinten war der Turm Wir gehen hier weiter, haben natürlich nochmal einen Sicherheitsshot Ja, hier Und, äh, jetzt sehen wir da hinten Sauerstoff funktioniert wieder Er füllt gerade auf Sehr schön Up and away Und, äh, dann können wir Oh, oh, ich hab was übersehen Ich hab was übersehen Ich glaub's nicht, ich fress ein Besen Ich hab gleich drauf geachtet Wir können auf jeden Fall Sehen wir uns nämlich gleich an Ich kann nicht hier die Treppe hochgehen Und komme dann in einen ganz langen Gang Ja, hier Hier haben wir nochmal Sitzgelegenheiten für Mitfahrer und Mitstreiter Und hier hinten können wir noch einmal hochlatschen Hier haben wir tatsächlich Kryo-Kapseln für insgesamt sechs Besatzungsmitglieder Ja, also auch alles die Fleischklöpse Die organischen Und dann kommen wir nämlich von hier Auf unsere Secondary Bridge Nach oben Und können von da aus Das Geschehen verfolgen Beziehungsweise hier oben am besten das Steuern und, äh, da vorne taktische Befehle machen Dann glaub ich wär das Klügste Nagelt mich nicht drauf fest Ich bin doch nur ein Laie im Strategiewesen So, hier wieder den Gang runter Den langen Gang entlang Sitzgelegenheiten, Wandverzierung Ähm, separatistischer Stil Würde ich sagen Ist recht gut getroffen Würde ich behaupten wollen So vom Gangdesign Und haben hier nochmal ein bisschen Lüftung Haben hier nochmal ein bisschen Bisschen langen Gang Deko Und wir nennen uns der Schiffsspitze Und wir gehen hier oben durch Na Und dann kommen wir ganz recht fix Hier oben hoch Und Dann sind wir auch schon in unserem Köpfchen drin So Jetzt hab ich natürlich verpasst Äh, was ich Was ich zeigen wollte So So, damit die Dimensionen jetzt auch mal ergreifbar werden Wir sind ja jetzt immer nur in Wir sind ja jetzt immer nur in In Einer Perspektive unterwegs Jetzt müssen wir hier tatsächlich mal lang rennen Das dauert nämlich eine Weile Das ist ein großes Schiff Jetzt müssen wir uns hier Aufzugsmusik vorstellen Und dann will ich nochmal gucken, was da unten ist Da hab ich nämlich tatsächlich auch noch gar nicht nachgeguckt Da war ich noch überhaupt nicht parat Na Was haben wir hier Und hier haben wir nämlich die Krankenstation Wahrscheinlich zum Spawnen Hier haben wir Cargo Nee, das ist ein Sauerstoffaufbereitungsanlage Wenn ich mich nähere Ja, Sauerstoff Und Cargo-Container Und hier haben wir Sauerstofftanks Nochmal Sitzgelegenheiten Und Ähm 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 So eine Gefängniszelle oder Oder Privatkammer oder Keine Ahnung Hatte mir auf jeden Fall gerade ein bisschen mehr erwartet Ähm Ja Das auf jeden Fall Hier Wir können einmal kurz Sicherheitsvorkehrungen ergreifen Kurz die Schotten dicht machen Und dann schauen wir uns mal was ganz anderes an Und zwar das Schiffsinnere So Wir kommen jetzt hier in die Innenansicht Da wo wir im Vanilla, also sag ich mal Survival Nicht hinkommen Ohne irgendwas wegzuschweißen Ähm Mit einer Hä Mich verwirrenden Konstruktion Also ihr seht ja Er hat hier Wobei ich nicht weiß Wie der Wie seit dem Update hier Der Verbrennungsradius ist Der hat die großen Trusters so gesetzt Das heißt hier theoretisch In meinem Denken wird der Block Wecke Wecke Schweißt Weckebrand praktisch Und gedamaged Und ähm Hier vorne haben wir glaube ich Fast dasselbe Dilemma Ich weiß nicht ob die nur Eins, zwei, drei Blöcke weit brennen Das kann natürlich auch sein Dann ist das alles Top optimal gelöst Allerdings Würde das immer noch nicht erklären Hier sind die großen Also ist auch mit Atmosphäre Triebwerken aufs Kostetor Nebenbei bemerkt Ne Das ist halt wirklich darauf Darauf ausgelegt Dass das funktioniert Und in jeder Atmosphäre auch Dufte funktioniert Ähm Ja Hier zum Beispiel Hier sind nur ein Block Abstand Hier drunter ist nichts Das heißt hier wird er durchburnen Auf jeden Fall Sobald die Bremstriebwerke gezündet werden In der Atmosphäre Und er versucht zu stabilisieren Das gleiche gilt für die Seitentriebwerke Ich verstehe diese Konstruktion Nicht so wirklich Würde mir aber fast vorstellen können Dass das so ein bisschen Wobei das nicht klappt Wo es so ist Dass das Schiff hier in der Mitte durchbricht Ihr erinnert euch an die Szene Hier ist es gebrochen im Film An diesem Punkt Hier Und dass er das so ein bisschen trennt Aber das ergibt auch keinen Sinn Irgendwie aus meiner Sicht Das auf jeden Fall Ein Punkt Ne Dann geht es hier hinten weiter Hier ist alles verbunden Also jedes Geschütz ist angeschlossen Da braucht man sich auch keine Gedanken machen Hier haben wir wieder Nur zwei Blockabstand Zu den Triebwerken Bremstriebwerke Schubumkehr Hier hinten ist wieder Denk ich mal Fast optimal Und das hier wird schon wieder wegburnen Das heißt uns fehlt dann wieder Die Außenwand Irgendwie Weiß ich nicht Ob er Block Damage ausgeschaltet hat Wir werden es wahrscheinlich Gleich sehen Es wird eine mittlere Katastrophe Wie ich befürchte So da waren wir drin Gott sei elbeorientieren Ja wir haben Das Brätsel gelöst Liebe Freunde Irgendwas qualmt hier drin Hier qualmt irgendwas Oh ja Das ist natürlich eine Hä? Äh? Wieso? Packt doch einfach Ich hätte hier Tanks reingemacht Aber keine Trusters Da sind hier auf jeden Fall Alles schön gedamaged Wir werden das Schiff Auf jeden Fall Nicht bewegen können Ohne es zu zerstören Das heißt Block Damage Muss ausgeschaltet sein Leider Damit das Schiff funktioniert Äh also Truster Triebwerksschaden Entschuldigung Nicht Block Damage Triebwerksschaden Nicht Block Damage Triebwerksschaden Muss ausgeschaltet sein Tatsächlich Damit das alles funktioniert Ja Bisschen schade Bisschen dolle schade Auch damit das hier Nicht irgendwas wegsäbelt Ja Aber man kann Nicht alles haben Man kann nicht alles haben Das wäre auf jeden Fall Schön gewesen Was man hier auf jeden Fall Nutzen kann Wir können das einmal kurz In der Theorie Testen Äh Beziehungsst Citizen Star Citizen Hm 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 Oh wenn die hier reinpassen Aber die sind atmosphärisch ausgelegt Glaube ich Die haben nur Atmosstriebwerke Wenn ich mich recht entsinne Die Die Lards Aber wenn die hier reinpassen Erinnert mich das Fatal an Die gute alte Star Wars Dann haben wir es nämlich gleich noch ein bisschen stilistisch passender Ich hab keine Es gibt eigentlich glaube ich nur die zwei hier ne Glaube ich Egal wir nehmen den erstmal Das passt ganz gut Und gucken dann mal Weil die können wir ja auch in den Oh passt sogar Die können wir ja sogar Hier irgendwo im Hangar Drapieren Und wenn wir uns ein bisschen nach den Markierungen richten Was glaube ich Technisch funktioniert Dann kriegen wir pro Ne das klappt nicht ganz Also man kann sich hier nicht so ganz dran orientieren Aber äh Man kriegt hier schon so ein paar von den Jägern unter Das Ding wird bloß sein Die zu steuern Das heißt hier bräuchten wir wieder Air Devs Oder Air Devs Wie auch immer Äh Fleet Manager Wenn ich Ich glaube so hieß das Fleet Command Da kam rüber auch Fleet Command Und Um die zu steuern Wär natürlich Ultraspacig Ultracool Wenn man es schafft Die hier sich herausfliegen zu lassen Und dann Einfach instant Aus dem Hauptcockpit Äh Jägerstaffeln Starten lassen Kann die automatisch angreifen Ja Das cool ist es nur Kriege ich das wahrscheinlich nicht hin So Starten kann man die Dinger übrigens auch nicht Das heißt wir gucken jetzt nochmal Oh Die hände Alter haben wir hier Hier ist auf jeden Fall der Providence Cruiser Und Meine Fresse wir haben mir noch so viel Konsulat Das bringt mir nix Imperial Bla 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 Aquitas Protektorat Nein Nein First Order Resistance Imperial Aquitas Royal Tile Fighter Alpha Kleine Jetzt war der X-Wing Raider Class Da haben wir die Manifestion nochmal drin Ähm 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 Nö Jetzt kommen wir glaube ich schon wieder auf unsere Alten Sachen zurück Was war nochmal aus Einfach aus Ähm Einfach weil es Separatistenschiff ist Sup Achso der braucht ja äh Natural Gravity Ich vergaß Unser Droideka Auf jeden Fall eine sehr interessante Konstruktion Die ich auch mal vorstellen wollte Allerdings funktioniert sie glaube ich nicht mehr Ähm Ein Droideka der tatsächlich hier so mit Mit chillt und bla Und automatisch auf Feinde feuert Und sich auch einrollen kann Fand ich ziemlich spacey Ziemlich cool Aber man kann nicht alles haben So wir brauchen nochmal ein 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 Oh Ohne Ring Oh wo ist der alt Und was man hier für alte Alte Blueprints drin stehen hat Wir sehen So ein So ein Playership ist natürlich nochmal eine Andere Hausnummer So wenn wir dich jetzt landen würden So in der Theorie Ihr seht dieses Schiff Füllt schon ziemlich was aus Also wenn man mit Playerships arbeitet Sollte man gucken Dass man die irgendwie klein halten kann Wäre halt Dementsprechend Von Vorteil Ne So Damit hab ich nicht gerechnet Damit hab ich nicht gerechnet Damit hab ich nicht gerechnet Alter Schwede Was ist da los Was ist da los Ihr seht auf jeden Fall Die Geschütze funktionieren Ähm Kann ich hier irgendwas machen Wenn wir da rein Mal kurz gucken Kontrolle Ähm Reaktor VD Blablabla 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 Koroskop Kümmer Wir haben noch Wir haben noch Ähm Remote Control Ähm Da haben wir keine Wegpunkte Wir haben Wegpunkt Speed Limit Blablabla 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 Ich befürchte es einfach nur. Ich befürchte es, aber es wird so eintreten. Okay, mal kurz gucken. Das war der Beschleunigungstest. So. Liebe Freunde, wir geben Gas. Oh, warte mal. Das ist überhaupt ein Cockpit. Wir bewegen uns nicht. Das ist tatsächlich interessant. Jetzt bewegen wir uns aber. Guck mal, die Triebwerke sind aus. Ja, ist logisch. Da kommt ja auch nichts mehr an. Die sind ja kaputt. Aber irgendwo muss doch irgendwo auch einer funktionieren. Wir bewegen uns auch nicht rückwärts. Gut, ein wenig creepy, ein wenig strange. Ich kann aber mal die Weapons ausschalten. Finde mir gerade ein. Können den Hangar auch mal wieder zumachen. Und dann ist mir tatsächlich sch... Nö, daran lag es auch nicht. Er ist mir dann tatsächlich schleierhaft, wie sich dieses Schiff bewegen soll. Ähm, rollen tut es auf jeden Fall gut. Gieren und neigen geht also. Ähm, ja. Aber, das funktioniert. Es ist halt ein bisschen behäbiger, wie von einem Schiff zu erwarten. Aber, an sich, funktioniert es. Nur eben, das Vorwärtsbewegen scheint tatsächlich ein Manko zu sein. Was dabei gedacht wurde, weiß ich nicht. Wir können einmal noch mal kurz gucken. Können wir mal gucken. Ähm. Ach, bla. Ja, Engine Damage Off. Äh, das hätte ich vielleicht lesen sollen. Äh, because in some places, thrusters can burn ship. Ja. So, blubbel, blablabla. Ah, anymore, ship. Ansonsten. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt jedes Trieb weggekillt haben. Weil die Hydrogen funktionierten ja sowieso nicht. Ah, gut. Ich kann auch nicht alles haben. Ich kann auch nicht alles haben. Äh, dann schließen wir aber mal trotzdem an dieser Stelle. Und zwar mit dem Providence-Class Cruiser Asim-Stars-Universum. Von Sauron 2012. Und ich glaube... Ich glaube, draußen eskaliert gerade der Regen. Zumindest hoffe ich, dass es der Regen ist. Weil wenn er das nicht ist, ist es der PC. Und das ist nicht gut. Also wollen wir nicht hoffen. Hier. Die Hovers laufen. Die laufen nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Aber wie gesagt, ich muss auch nicht alles... Ich muss auch nicht alles verstehen, wollte ich gerade sagen. Hä, und die sind jetzt gar nicht mehr connected oder was? Ich raffet nicht. Ich raffet nicht. Ich raffet nicht. Tut mir leid. Auf jeden Fall schließen wir damit. Äh, vom Modell her cool. Vielleicht kannst du jemand mal ordentlich überarbeiten, damit es funktioniert. Ähm. Vom Modell her auf jeden Fall cool. Genau wie die Monifischen Fregatte. Kann ich mir vorstellen, dass da eine richtig coole Flotte draus werden kann. Und, äh... Ja. Auf jeden Fall ein Schiff, das ich ganz trotz, trotz diesem komischen Manko hier gerne weiterempfehle. Vor allem, weil man das dann halt... Da kann man eine super, ähm... Dings-Map draus basteln. Ich glaub, da probier ich mich sogar mal dran. Es gibt ja verschiedene Missionen, die man hier auch machen kann. Und ich denke, dass da... Da fiel mir was ein. Aber gut. Das soll es erstmal von mir sein. Bis dahin. Haut rein. Wir sehen uns wieder. Macht's gut. Und... Tschö, tschö.